Das müde Monster des FC Bayern, Kims nächster Höllenritt steht bevor. Kim Inece ist seit vielen Jahren eine beliebte Spielerin des FC Bayern München. Dass es auf der Innenverteidigungsposition keinen Ersatz gibt, fällt bereits auf. München, Thomas Tuchel war glücklich. Unmittelbar nach dem 2-1 Champions League-Sieg über Galatasaray Istanbul wurde er von Dazon auf die bevorstehende Länderspielpause angesprochen. Der Trainer des FC Bayern München möchte seinen freien Tag genießen, ein bisschen Fußball schauen und dann abschalten. Ich bin gut darin, erklärte Tuchel. Und nach einer unglaublich intensiven Phase, in der der Bayern-Trainer durch seine aggressive Reaktion auf Kritikschlagzeilen machte, war eine Pause dringend nötig. FC Bayern München in der Länderspielpause. Alle Spieler in Bewegung zweite Phase der Länderspielpause. Natürlich müssen Spieler spielen. Wenn sie vom Verband für Spiele gegen die Nationalmannschaft nominiert wurden. Und wenn man beim FC Bayern arbeitet, gehört man fast immer zu den besten Spielern seines Landes. Daher wurde der gesamte Kader der Münchner transferiert, darunter auch Bonasar, der eigentlich nicht im Kader der Senegals stand. Mit anderen Worten, Minye Kim wird erneut um die halbe Welt reisen. Und das ist wörtlich gemeint, denn der südkoreanische Innenverteidiger trifft mit seinem Kader am Donnerstag, 16. November, in einem WM-Qualifikationsspiel auf Singapur. Das Spiel wird in Seoul ausgetragen. Fünf Tage später trifft die südkoreanische Mannschaft von Jürgen Klinsmann mehr als 2000 Kilometer entfernt in Shenzhen auf China. Die FC Bayern muss nach der Länderspielpause am Freitag in Köln spielen, mit einem müden Kim-Minister am Freitag, 24. November, geht die Bundesliga weiter, zum frühestmöglichen Termin für den 12. Spieltag müssen die Bayern nach Köln reisen. Herr Kim wird auf diese Auslandsreise weit über 20.000 Kilometer mit dem Flugzeug zurücklegen. Kim, die als Monster bekannt ist, hat normalerweise keine Probleme. Eine Weltreise bedeutet 40.000 Kilometer. Und Spuren hinterlassen. Allerdings gibt es eine Vielzahl an Aufgaben. Kim gilt seit vielen Jahren als absoluter Favorit beim FC Bayern. Hat seit der dritten Runde der Bundesliga in jedem Spiel mitgewirkt. Darüber hinaus sind die gesamte Distanz des zweiten, dritten und vierten Spiels der Champions League. Das gesamte Pokalspiel in Saarbrücken und die Gesamtdistanz von 346 von möglichen 360 Minuten mit der Nationalmannschaft enthalten. Von Anfang bis Ende dieser Saison verpasste Kim nur ein Spiel, ein Auswärtsspiel gegen Preußen Münster in der ersten Pokalrunde. Kim Minicis höllischer Lauf, die Bayern spielen ein gefährliches Spiel das dieses Monster müde wird, beweisen Kims teils fatale Fehler. Jüngstes Beispiel war der Fehlpass gegen Heidenheim, der zum Tor von Jan Niklas Beste führte. Das Ergebnis war ein Tor, es stand 1 zu 2, und unmittelbar danach stand es 2 zu 2. Die Bayern mussten sich erneut anstrengen, um Heimspiele gegen den Aufsteiger zu gewinnen. Kim zeigte im Champions League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul keine gute Leistung und verlor mit 1 zu 2. Dann gab es den sensationellen Pokalsieg in Saarbrücken, bei dem Kim für den 1 zu 1 Ausgleich mitverantwortlich war. Das ist ein Fehler, der einem Verteidiger auf diesem Niveau normalerweise nicht passiert, der ihn aber in vielen Spielen kostet. Hätte die mangelnde Konzentration verhindert werden können? Vielleicht hat er sich rechtzeitig eine Auszeit genommen? Doch Ersatzspieler in der Innenverteidigung fehlen den Münchnern. Kim ist der einzige Spieler, der seine Fitness konstant gehalten hat, wobei seine Teamkollegen Mati Stilett und der Y-O-T ab A-M-E-Kanow oft durch Verletzungen ausgebremst wurden. Der Talentmangel ist den Bayern zu Füßen gefallen. Gefährliches Spiel Ist Kim Minnettje fit genug, um für den 1. und Kim muss in jedem Spiel mitmachen? Wie können sie spielen? Minnettje hat in den letzten Monaten in jedem Spiel 90 Minuten gespielt, auch in der Nationalmannschaft. Er ist einfach ein bisschen müde und am Limit. Konzentrationsschwäche kommt vor und das ist menschlich, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph, sagte Freund nach dem 4 zu 2 Sieg gegen Heidenheim. Trainer Duchel kritisierte Kim nach der Pokalniederlage öffentlich, war sich aber bewusst, dass er Kim nicht gleich eine Pause gönnen würde. Auch nach einer Reise um die halbe Welt dürfte er selbst ausgeruht sein und das Monster mit müden Augen in Köln ankommen.